Das ist deine, ne? Ja. Kostet der Skin alleine nicht so 10.000 Euro? Ja, ich glaub ein bisschen mehr. Ja. Okay. Bist du da hingekommen? Jetzt noch mal mit Waffe, jetzt noch mal mit Waffe! Nein, vier Sekunden! Und mit Waffe, und mit Waffe, und zack! Das wäre möglich gewesen. Ich wusste nicht, dass man mit Waffe hochkommt. Wer ist das Pokémon? Es ist kein Weg für dich! Also ich tue jetzt nur für Dust, ne? Let's go, man. Let's go! Jetzt geht alles um dieses Match weg. Okay, aber jetzt wäre mal der Moment da, wo du auch mal kurz, ne? Kein Dust. Ich hab alles rausgehauen im Deathmatch. Please! Wir wollen jetzt auf die Profile gehen und keine hohen Stundenanzahlen sehen. Der eine heißt CS Smurf. Gott, der heißt jetzt CS Smurf. Okay, es ist Warm-up, ne? Und der ist Level 3. Oh mein Gott, nein. Das dreht nicht. Der zweite von denen hat keinen Steam-Account erstellt. Also das sind ja absolut Fake-Accounts. Das sind Cheater und Smurfs, ja. Also alle fünf. Da ist ja keiner Legend. Alles gut. Positivität bewahren ist wichtig. Das ist wichtig, wenn wir verlieren. Es gibt's in der Wind-Challenge-Sprache, gibt's den Jargon, wenn man wieder anfängt beim Back-to-Back. Und das heißt, ladet die Tanks auf. Das hat was mit Mario Kart zu tun. Und ich glaube, ihr könnt sie schon mal aufladen. Okay, diese Negativität ist aber auch der Haupt-Count, dass hier was nicht funktioniert. Fankt die Cards! Fankt die Cards! Fankt die Cards! Fankt die Cards! Fankt die Cards schonmal! Moment, wir spielen kein Prime-Match-Making, weil Bröki keinen Prime hat. Ach, also muss ich doch Prime haben. Gogo! Dann hätten wir auf jeden Fall Gehner, die auch Prime haben. Fast Plan! Hier ist einer ja. Wo uns. Wer hat Schicks? Noch einer, kann ich ja alles schreißen? Ja, hab ich. Zwei Tonnellen. Nur Headshots von den Genonen. Nur Headshots! Oh, okay. ja wir haben land bekommen alles gut ja wenn du ein plant kriegst jetzt kaufst du bekommst eine meckten und ein kepler plus hell und dann kaufst du granaten dann hast du praktisch genau denselben ball wie die ein bisschen schneller und jetzt sind sie in der ecke und wir kriegen eine runde geschenkt aber wir kauften sonst nix ihr spielt das ist unsere bonus praktisch und geht nicht aus und vergisst aber was ist jetzt mit der diegel weg drücken können wir sollten lang gehen aber das muss ein geiler keks sein ich denke ich denke ich habe mir die hand nehmen und dann runter drücken das ist die bombe die hand und dann machst du einfach ich glaube links klicke so die bombe wird gelegt wird alles gut weiß ich fürs nächste mal das weiß man natürlich als guter cs spieler sind glaube ich 16 ich weiß sogar kurz geht mitte raus geht mitte raus rechts oben können wir dann rechts habe ich wir haben wir haben wir haben das ich habe ja ja geh einfach weiter ja slow plantee plantee ich habe reingetrollt aber es kann auch an meinem keks liegen ct habe ich wenn er kommt wo ist die arme ich hab dir also bis jetzt sehen die schlagbar aus aber wenn sie jetzt natürlich gleich die rage ja jetzt diese negativität ist komplett ok pass auf freddy bist du da was solo solo ich brauch dich jetzt brauchst du ein a-gelb aus dem bergmann du gehst a lang jetzt raus a lang ja ja und ich flash die gegnern guck's einfach raus die können nix sehen die sehen nix sehen ja 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 ich lauf durch ich lauf durch ich fütter erst an das nur anfüttern das noch nicht echt und jetzt kommen echt und die sind so blind und dumm du alleine hier ist niemand weil die immer noch blind sind hier ist niemand die sehen gar nix oh 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 wir sollten wieder zurück wir sollten wieder zurück ich muss kurz mein maus fett sauber wir kriegen jetzt noch vd der muss slow sein am a Leute wir kriegen die waffe aufnehmen warte ich hab ne ey 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 aber warte geh mal weg Rögi okay jetzt kommt Johnny Rögi ich zeig dir was wenn man die waffe bekommt geh zurück vertrauen mir die waffe kommt und ne die ist weg Rögi die waffe Rögi hat wer ne Flash noch Rögi hat wer noch ne Flash au keine Flash mehr nein wegdreht oh my so ich bin jetzt voll da Team jetzt fangen wir an die Kekse haben gemundelt ne während du uns hier runter gespredet bist war nicht schlecht ich brauch nen Drop was gab's denn für Kekse eigentlich was waren die ich weiß nicht die waren so selbst gemacht du kannst was du selbst gemacht ne die waren natürlich nicht von mir also dann wären die wahrscheinlich nicht so gut ja natürlich ne ja feine her Mitte ist ne wir können einfach Mitte durch ich ich weiß nicht mehr ABP ABP auf B wir sollten mal wieder zurück wir werden mal auf A jetzt bei Kills ja ja ne geht aber vor ah 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 ich mach den Sprint vor ja 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 ich mach den Smoking oh my wer hat die gefunden einer Mitte noch keine Angst in 3 Sekunden kommt er rum 3 2 3 ist er wirklich mit 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 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 6 8 9 10 10 10 10 11 10 olt Aqui ist es wirklich alles ist erlaubt manchmal fragen die sogar im Chat Ja wirklich so und dann ja machen wir und dann gehts los. Oh kleine Partie. Dann cheaten wir halt alle und gucken wer jetzt den besseren hat. Der Solo-Gesang angemacht hat. Solo, was ist denn los? Der hat die Bombe eigentlich. Bis jetzt würden die wirklich sehr schlagbar. Ich hätte meine Kekse weiteressen und wenn es okay ist. Die braucht nicht mehr. Ich habe gar nichts gemacht hier unten in der Fall, aber sie gewonnen. Ich würde es sehr überrascht. Auch ein Keks. 3B glaube ich. Ah ist einer vertuscht. Jetzt wird wieder gezaubert. Ich zauber. Johnny kannst du zurückkommen, dann ist das Zauber nicht so traurig. Ist das eine Arbit wie Drachenlord? Ja, Dragonlord nicht Drachenlord. Das ist deine, ne? Ja. Kostet der Skin alleine nicht so 10.000 Euro? Ja, ich glaube ein bisschen mehr. Ja. Okay. Ist der da hingekommen? Okay. Genau. Okay. Ja, bei Runden haben wir ja. Wir haben ja die Bombe sehr hochgegangen. Ja. Wenn die jetzt nicht cheaten, dann haben wir es. Der hat uns gerade geacet, ne? Also... Ja, wir haben auch komplett... Ja, wir haben auch komplett... Ach so. Ach so. Also, ich... Also, Johnny ist einfach most valuable player gerade, ne? Jaja. Hallo, mate. Du bist Global Elite, hast 700 damage gemacht. Ich... Ich... Der ist Tunnel. Der ist Tunnel. Einer ist Tunnel. Und jetzt? Schön... Schön weit. Ja, einen hast du noch. Und jetzt noch der oben. Der kommt von da oben. Oh mein Gott, wie du ihn hast. Du musst ihn anspringen. 18 Sekunden. Du hast noch mehr als genug Zeit. Schönes Flash. Du springst da hoch. Du musst da hoch. 18 Kiste. Rechts von der Box gehst du hoch. Genau. Aber mit Waffe jetzt? Ja, das ist... Ja, und jetzt noch mal. Jetzt noch mal mit Waffe. Jetzt noch mal mit Waffe. Nein, vier Sekunden! Und mit Waffe. Und mit Waffe. Und zack! Oh! Oh! Das wäre möglich gewesen. Ich wusste nicht, dass man damit noch hochkommt. So pro! Jetzt wird mir geschrieben, dass es eher wenig für eine Dragon Lama ist. Die haben übrigens Good Luck geschrieben. Das ist fast. Good Luck, Good Luck. Der schreibt Good Luck und nicht F. Also Good H. Das ist auch ganz viel Glück. Ich glaube, die warten, bis wir elf Runden haben, oder? Ja, dann können sie es verkacken. Das wird doch... Ich geh, ich geh. Lass mal B, Orelon. Die sind B? Nee, ja. Ach, die sind B. Ach, die sind B. Ah, ja. Öhm, willst du durch? Hab ich noch? Johnny, du bist aber clean in CS. Ja, CS kann ich mit C spielen. Es wirkt... Also... Schon... Bisschen geübter als Valorant. In Valor hast du auch gut gehalten, aber in CS war... Ist clean. Da geht was rein, ja. Nur auf das zwei. In no way. Du kannst die wirklich noch haben. Da sind zwei giga low. Ja? Ja? Einer ist noch unter euch. Der ist nur einer. Auf dem Spot oben links, oder? Bitte. Solo! Solo, was machst du denn? Kill ihn, kill ihn Solo! Sorry! Was machst du denn? Du bist hinter ihm, wenn er mich abschießt. Und ihr sagt, ich treu rein. Okay, gut. Nein, Mann! Ich glaub hinter dir. Ja, ja. Aber B, B, B. Kommt drauf an, wie ernst. Solo hat sich von hinten? Oh! Der Vector! Junge! Der war ganz wild. Eagle Hunter ist auch immer noch nicht zurück. Ja, der hat sich gesagt, es ist nix Valorant. Hat er wieder gestartet. Scheiß auf Countdown. Er lädt die Tanks auf. Die sind vor B. No, ihr macht was mit Mono? Ich mach das immer. Ich leg ne Rauch und dann... Du hast mir das für den Rückkehr so oft. Nein, ich mach das wirklich immer. Ich leg den... Ich leg den... Ich leg den Molly... ... in das Smoke und dann... ... dann bin ich nix davor. Mit den zwei dahintersten... ...Modotops. Die können doch nicht raus. Sind schon raus? Ja, ja. Also... Nicht mehr raus als fast. Mensch! Oh! Das machst du Solo! Nice! Leute! Oh, das sieht gut aus! Das zählt aber schon, oder? Weil der ist ja geraged, weil wir so gut waren. Der ist geliebt. Der ist ja kein... Er hat ja kein... Kein technischen Problem. Er hätten seinen Timeout genommen. Der ist gegangen. Ja, der ist gegangen. Ich hab davor so diese... Da sitzt er doch! Let's go! Das ist crazy, Leute. Beim ersten Versuch. Beim ersten Versuch geschafft. Patrick, weil er da das ist. Das ist ja natürlich das. Das ist ja nochmal weg. Das ist ja. Das ist ja nie. Das ist ja nicht nur beim ersten Versuch. Das bleibt gut aus. Das ist ja nur beim ersten Versuch von hier. Ohah! Der ist ja nicht nur beim ersten Versuch. Und zum nächsten Mal beim nächsten Spiel. Der ist ja auch digital. Oder ist ein Tramont. Ähm. Oder ist das...